Hallo, ich bin Alexander Kaufmann, ich bin Umsatzmotivator in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, das siebte Mal schon bei Trainer der Neuen Generation, glaube ich, dreimal schon gesprochen auch und bin immer wieder begeistert von dem Format, war heute beim Trainer der Neuen Generation Spezial, wo zwölf neue Talente gesprochen haben und ich war wirklich motiviert, wenn man sieht, was da für eine Qualität an neuen Trainern nachwächst, was für eine Qualität kommt, welche Inhalte gebracht werden, auch neue Inhalte im Sinne anders verpackt. Also ich bin völlig begeistert immer wieder und ich kann Trainer der Neuen Generation nur empfehlen, wärmstens ans Herz legen, weil es lohnt sich immer, nicht nur wegen den Keynotes, die kommen, sondern auch wegen den neuen Trainern, die letzten Endes auch wirklich viel zu sagen haben und vielleicht in den nächsten Jahren auch eine große Rolle spielen werden. Also wenn du Lust und Laune hast, dann geh dorthin, schau dir das an, mach dort mit, schreib mit und vor allem setze es auch in deinem Leben um.